der kraken ist voll ja das meint man damit es glimmert und flimmert will ich kostbarer glanz krank ist voll zu einen freundentanz hat ihr beide segel schon oben das ist nicht so sinnvoll wir sind unter einem guten sterne ich weiß nicht ob es ist Dann... Ja, dann hat er auch andere gepasst. Okay, und jetzt? Gehen auf die Isle, wir müssen die Challenge. Wo ist das Campamento? Ehm... Cool, Mann. Ja? Du musst tanzen. Okay, warte. Ähm, eine Danze. Ja, warte, warte, warte. Jaaa, hat echt gekappt. Cool. Campamento? Wirklich. Ich finde das Lager des Schiffbrüches gegen den Osten. Diese markante Warte. Hast du es verbracht, dann liest du diese Karte. Also Osten eine Warte sucht. Osten. Das sollte eine Warte sein. Ich erwarte. Oh! Achtung! Wo? So. Es war hinter dir, ne? Oh oh. Das war gerade auf dem Weg zu dir. Oh oh, warte mal kurz. Das Skelett ist gerade noch gelaufen. Ja, wir wollen auch gerade aufstehen. Das Skelett ist gerade noch gelaufen, weißt du? Ja, ja. Nichts positiv. Also wir sollten aufpassen, wir sind auf jeden Fall Explosionsfasstulis. Oh, ich kann mich erinnern. Oder? Ne, ne. Ne, ist ne andere. Ist ne andere. Auf jeden Fall im Osten sollte eine Warte sein. Ist das da vorne? Ich erwarte. Du erwartest mich? Ist aber nett. Das Skelett. Oh. Sollen die machen. Ich glaub die meinte, ja, weil ich nett bin. Ja, ist eine Warte hoch oder nicht? Naja, ist so ähnlich wie ein Ausgucker, oder? Oh, Achtung. Wohooo! Was? Oh, oh, das hast du. Ich bin tot, danke. Lass dich in die Luft gesprengen! Ja, ich muss dringend was essen. Nein! You're killing me! Hey! He kills me! Sorry! He kills me! He kills me! Sorry! He kills me! That's my sacrifice! Wo, uh, Georgie? What are you, uh, murmeling? I'm just reading, sorry. Uh, where to go? Search for this, uh, uh... Eastern! Sur, Sur, South East. Herr, wussten wir, dass es auf dem Geisterschiff, äh, so, auf dem Todesschiff, äh, ein Seemannsgang gibt, aus einer Misskette? Warte das mal. An der Vogelscheuche mit Ausblick auf das Meer, gehen Südosten, sollte ich zusammenraufen und in fünf Schritten gehen sie in den Westen graben. Pirates, äh, Skeletons. So, please. So, please. You have to try, you, you're already in the, in the challenge thing? Yeah. I'm, I'm on the area. And now I'm searching. Oh, there is some, one person. Okay. What do you think, if I'm jumping down here? I will survive. Oh no! Oh, scheiße. Is there a problem? Yeah. That's positive. Okay, maybe it's this, I don't know. You're in the right place? Just... I don't know. Southeast, ha? Pontius, I don't know. I don't know. I don't know. But no. I'm on the right place. Oh, I don't know. I don't know who I am. Oh, I don't know. But no. Well, from the East, West. Ich muss noch mal lesen. Ich muss nur ganz dringend was essen hier. Die ganze Zeit nur umfressen. Ja, sorry. Was wir auf das Meer gehen Südosten? Das heißt, die Vogelscheuche schaut gegen Südosten. Aber ich finde keine Vogelscheuche. Ich auch nicht. Aber hier ist auch viel so. Eine Vogelscheuche. Ah, ich habe hier so ein Vogelskelett. Ah, gut, meine. Ich bin hier. Wenn Sie mich sehen, bin ich hier rechts. So, die Frage ist, hier ist eine Frau, by the way. Wir suchen eine Sache, die die Vogelscheuche. Eine Sache, die die Vogelscheuche. Eine Bedeutung. Scheiße, wie sagt man? Ich weiß, was es ist. Der Chat versucht dir bei uns zu helfen. Da, wo du runtergehüpft bist, eventuell. Das Holzkreuz mit dem Schädel drauf. Wo denn genau? Da, wo ich runtergehüpft bin. Das war da hinten, gell? Da ist die Insel wieder riesig. Das hier vielleicht? Oh, Glück. Such's doch einfach. Also, was muss ich jetzt dann? Äh, Süd was? Eventuell, Zitat Ende. Südwesten zugraben. Fünf Schritte, hm? Südwesten? Südwesten? Nee. You find it? No. I don't think this is the right place. Ui. Das ist echt. Knackisch. Ah, hier. Jetzt aber. Südwesten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nee. I need food. Food, food, food. Wow. Das ist super. Das ist ja wieder mal Knitflickers. Ja, total. Warum packt die nicht ein Kreuz auf irgendeine scheiß Karte? Also, die Entwickler müssen ja mittlerweile schon wissen. Wie schlecht wir sind. Richtung Fragezeichen. Guck mal, ich liest gerade dein Vorrichtung raus. Ja, 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 ich weiß. Habe ich schon... Richtung Fragezeichen. Ja, aber habe ich ja geguckt, das ging ja nicht, weil Südwesten war ja... Vielleicht bist du einfach du. Ja, du auch. Südwesten zu graben. Habe ich gemacht. Fünf Schritte. Aber da war nix. Und vor allem, das Ding muss ja Richtung Südosten gucken. Theoretisch schon, ne? Also. Was wollt ihr von mir? Dann schaut. Wo ist das Schiff? Ja, es gibt kein Fressen auf dieser ganzen Kack. Ne? Das ist ein bisschen wie ein Explosionsfass. Ich liebe das Spiel, weil ich kann fünf Cannonball. Aber jetzt, ich bringe einen Koffer mit 50 Cannonballs. Wo ist der Schatz? Süd, Südwesten. Ah, okay. Ja, ist schon richtig. Ja, ich habe nur, ich war nach Südwesten unterwegs. Ja, ist natürlich jetzt nicht so richtig, ne? Ja, ich gehe ja schon zurück. Ich gehe noch mal gucken. Ja, ich bin gerade auf Essenssuche. Oh, Achtung, hier hat es wieder Kollegen. Zwei Skeletten. Wieso bin ich gerade auf dem Schiff gelandet? Wieso wurde ich zurück zum Schiff geportet? Wieso wurde ich zurück zum Schiff geportet? Ich weiß es nicht. Ah! Did you find, Kuhlmann, the Koffer? The Fressen? Nein, warte, ich bin hier. So, Südwesten. Ja, da ist ein Skeletten. Warte. Five steps, von hier. Süd-Südwesten, wir sind hier. Eins, drei, drei, vier, fünf. Oh. Ja, siehste mal. Danke. Danke, ist gleich vorbei. Ich habe dir am Chat gezweifelt, weißt du. Na, darf man auch nicht. Nein, nein, geht auch nicht. Übrigens, da hinten ist wieder so eine tolle 25.000. Will ich ja nochmal anmerken, ne? Was? Da hinten ist wieder so eine 25.000-Kiste. Ja, ich habe es gesehen. Gehen wir nachher hin. Ja, dann gehen wir essen, oder? Aber wo haben wir noch hier? Die Kiste an Bord holen. Ja, aber danach? Ja, machen wir. Ey, wo ist denn unser Schiff, ey? Ja. Ich weiß, ich und die Richtungen. Naja, das ist immer so. Das ist immer dieses leidige Thema. Also Süden, Westen, Norden, das ist all dasselbe. Okay. Gucke mal, was ich bringe. Sehr gut. Jordi, where are you? I'm coming, I'm coming. We're swinging to the ball. Perfect. Nee, warte jetzt mal. Wieso lichtest du den Anker? Wir wenden. Wir müssen doch drehen. Wir können doch nicht auf den Strandzug fahren. Das macht keinen Sinn. Ja, das stimmt. Wir brauchen nicht mehr Dinge, oder? Wollt ihr noch was auf der Insel, oder? Wir brauchen nicht mehr Dinge, oder? Ja, aber was? Nur zum Turnaround. Also, let's go. So, Segel runter. Und. Oh, das war falsch. Und. Wuhu! Und. Oh. Gehen geschehen. Die Rätsel sind an sich gemein. Und wenn man nicht weiß, was deren Beschreibung für was auch immer sein soll, dann ist es schon schwierig. Ja, aber es macht Spaß. Ja, aber Süd-Südwesten ist halt schon Süd-Südwesten. Nee, echt? Ja. So krass ist jetzt die Beschreibung nicht, ne? Du musst mir die Schalt anmerken, weißt du? So. 25.000er? Ja. Ja, okay. Georgi, jetzt gehen wir zu den blöden Lichtstripes. Ja. Ja, genau. Jetzt gehen wir zu den Lichtstripes in front of the ship. Oh, okay, okay, gut. Gut, gut, gut. We need to make money, many money. I will be rich. Schön. Sehr schön. Ja, so kann es sein. So kann es laufen. Ist gleich vorbei. Danke vielmal und als Dankeschön für deine Unterstützung. Du darfst noch ein Follow hier lassen. Wenn du noch nicht hast, natürlich. Dann darfst du doch ein Subscribe da lassen. Dann darfst du uns was spenden. Nee, nee, nee. Wir machen es gratis hier. Was? Logisch. Hä? Ich habe schon eine Rechnung aufgestellt. Die kommt nicht zur Brille. Du musst erst mal über die Grenze kommen, deine Rechnung. Ja, ja, da kriege ich jetzt. Oh, was denn? Oh. Das Pünktnis des boshaften Fremden, ne? Was ist jetzt hier los? Die Schlacht um das Sea of Thieves. Äh, what happening? Oh, 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 oh. Party boat, let's go. Party boat, party boat. Ein Fischen-Party boat. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die Schießen gar nicht. Das ist so falsch. Doch, doch, die Schießen. Die Schießen. Die Schießen. Es ist so süß, ich habe keine Kille. Oh! Nein! Komm schon! Wir können es nutzen, um zu clean, um zu reparieren. Nein! Kann jemand es reparieren? Ich habe es repariert. Aber sie sind zu viel shooting. Ich habe keine Hilfe. Soll ich oder willst du kommen? Ähm, ja, ich gehe. Okay. Ich habe keine Kugeln mehr. Dann mach du Wasser, ich schieße. Habe ich Kugeln? Ne, habe ich natürlich nicht. Ich habe schon Kugeln Gold. Keine Sache. Sehr schön. Ähm, ich habe schon Kugeln Gold. Du solltest ein bisschen eindrehen, das wäre nicht. Ja, mache ich, mache ich. Ja, warte, ich mache schon. Wir sind da hinten. Ja, das ist hinter uns, oder? Mhm. Ja, ich denke, das Boot ist jetzt repariert. Ja, komm. Ja. Die warten da hinten. Wollen wir zurück? Ja klar, ich drehe gerade. Super. Das wäre jetzt in Ruhe lassen, ey. Ich bitte dich. Wo sind sie? Behind uns. Sie sind hinter uns. Sie sind hinter uns. Sie sind hinter uns. Sie sind hinter uns? Ja. Sie sind hinter uns und ich weiß nicht, warum. Ich denke, das ist ein spezielles Challenge oder so. Ein spezielles Event, ja. Ein random Event. Ah, sie sind da, sie sind da. Ja. Also, wir werden sie töten, oder? Ja, genau. Sie schießen die Kanone. Sie schießen die Kanone. Sie sind sehr aggressiv. Ihr habt das immer getrunken. Nein, ich hab das immer drauf. Ich hab das, was ich nicht. Du benötet? Nein. Du benötetst dich, oder? Die Kanone sind mitgegeben. Ja. Du könntest das, was ich mal mitgegeben. Geh das nicht aneinander. Ja, ja, ja. Vielleicht, du könntest mir clerische Balle. Ja, das ist möglich. Sind sie da? Nein. Wo? Im Front. Direkt vor uns. Oh, das wird gut. Okay, dann werde ich... Nein, warte mit den speziellen, bis wir nah sind. Ja, aber das ist... Das ist eine Sache zu tun. Warte mal etwas. Wo sind sie? Ich sehe nichts. Die Musik ist aufgerüstet. Die Musik ist... Warum kann ich es nicht benutzen? Ein bisschen... Obwohl es sich nicht benutzt. Schwierig. Aber da ist nichts, das ist einfach nur so. Ähm... Der Schiff ist aufgerüstet. Nein. Ah, da ist es. Ah, da ist mein Schacht von der Berg. Ja, Jordi, aber... Just hold es in deine Hand. Don't put es in die Schacht. Ich brauche einen. Achtung, jetzt. Wir haben genug. Leere Seite. Backen. Ja, ja. Ich bin bereit. Be... Be prepared. Ja, ja. Feuer! Ja. Leere Seite. Rhe Seite. Rhe Seite. Rhe Seite. Rhe Seite. Scheiße. Ich habe die Hälfte zu- Porque... Oh, Scheiße. Wichtig. Wir sind riesig. Wir haben Kanoi mal oben. Wichtig. Wichtig. Das ist kein Geisterschiff. She repaired. Obwohl doch, aber es ist ja halb. Es ist nicht mehr als Geisterschiff. Es ist ein Challenge-Schiff. Wollen wir einen Turn machen? Wollen wir den Anker setzen oder nicht? Ja. Ihr müsst bedenken, wir haben noch 30 Kugeln. Anker jetzt? Okay, bereit, bereit. Ich habe noch neun in der Tasche. Anker auf. Anker auf. Ja. Ja. Scheiße. Ja, turn, 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 turn. Oh, fuck. Sie verfolgen uns. Ja, ist doch gut. Mach doch. Ah, fuck. Achtung, links. Links. Ja, wir versuchen ja tief zu ziehen. Also ich auf jeden Fall. No, mehr links mehr. Ei, ei, ei. Ah, mit mehr? Scheiße, ich kann nicht. Hier ist auch noch links. Nein. Hier ist auch noch links. Wir sind facken. Danke. Lecker haben wir noch oder ist okay? Nein, facken. Also so Kugeln sind bald weg, ne? Ich weiß nicht, ob... Ich habe neun Stück noch. Komm, komm, komm an Steuern. Ja, ich habe auch noch neun Stück, aber klar. Nein, 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 nein. Vorbei. Der müsste immer so ein bisschen tiefer ziehen, ne? Lower, Geordi. Shoot lower. Ich kann nicht lower. Wir müssen. Ja. Nein, wir können nicht. Wir können nicht. Wir müssen nicht. Die Wärme sind zu hoch. Ah, nein. Ja, wirklich gut. Wow, das Geräusch ist unglaublich. Ja. Okay. Ja. Habt ihr noch Kugeln? Ja. Ich gehe mal unter Deck. Ja. Äh, Bretter. Scheiße. Ich repariere gerade alles hier. Wir sinken. Hilfe? Ja. Wasser. Ja. Wasser. Ja, ich gehe mal. Ja, ich gehe mal. Ja. So viel was ist doch gar nicht, ich weiß nicht. Da haben wir übrigens gleich das Schiff, ne? Sie sind gefacht. Ne, keine Ahnung. was passiert da oben die schießen ja nicht mal was 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 werfe ich treffe sie in Branden Alan ich treffe sie in Branden ich treffe sie nicht mehr aber die brennen ordentlich ihr könnt die auch rammeln oder bei denen Kugeln klauen wir haben drammeln ist eine alte Taktik das hatten wir schon Achtung 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 steuert ein ne das soll passieren wir treffen uns nicht rechte Seite rechte Seite rechte die sind drinnen weg wo sind sie drinnen weg drinnen weg super super drinnen weg drinnen weg drinnen weg drinnen weg drinnen weg Repairing, it's okay. Ich ramme die einfach mal. Nee, 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 nee. What? Oh, we just scratched, we just scratched. Oi, 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 oi. Geh mal hin, kein Problem, kein Problem. Der Meister-Captain ist am Steuer. Was machst du hier? Scheiße, was machst du hier? Ja, ich schaff sie durch. Ich krieg das hin, könnt ihr mal einen Lecker-Cocki. Ja, der Chat sagt, der rammelt, der ist so rammelt. Geh mal nach hier die Lecker. Ich bin über die Lecker kürzt. Ja, ich bin dran. Geordi, I need help, I need help. Ich hab' den, ich hab' den. Water. Ich hab' den, ich hab' den, kein Problem. Pull out the water, now. Ja, ja, ich hab' den. Ich hab' den, Wasser. Ja, ist okay. Ah ja, ich helfe euch. Wo sind die? Wo sind die? Weg von ganz. Ja, ein bisschen weiter rechts. War'n guter Move, glaub' ich. Come on. Schieß die. Schieß die runter, die... Ah, ah. Naja, aber da sind's nicht wirklich, wenn du sie drunter schießen kannst. Ja, ich weiß. Nee, das ist Schiff an sich. Ähm. Macht irgendwer breiter an dir, ne? Okay, mach' ich weiter. Ja, ich depthalte. Ich spüre dich, negotiations wieder. Er, ich bis sie jetzt um...! Die Jungen auch weiterεί aus. Er, ist vorbei, weighs zusammen. Es ist weg der Deutschland, ihr woe es ist neben ihr. Ich habe hier 50 Ton die Forderung auf stor risks im